Ja, meine Freunde, erst mal wunderschön, dass ihr daraus wieder eingeschaltet habt zu meinem neuen Video hier auf diesem Kanal. Wir sprechen heute über Werdas Talentenschmiede, die größten Talente aus der eigenen Jugend. Heute speziell mal ein Auge geworfen auf die U19, die vor kurzem mit Cedric Macchiardi im DFB-Pokal-Halbfinale eingezogen ist. Er hat natürlich da so ein bisschen für Furore auch gesorgt und auch einige Schlagzeilen aufprasseln lassen, unter anderem diese hier zum Beispiel, Krimi im Elfmeterschießen, Werder Bremen U19 feiert Halbfinaleinzug im DFB-Pokal und ist auf richtig gutem Weg. Wir sprechen über die gesamte Lage, über vor allen Dingen einzelne Spieler aus der U19, die wir besonders im Blickpunkt halten sollten, wenn es um die nächsten Jahre geht und vor allen Dingen auch, was für eine Perspektive könnten diese Spieler bei uns einnehmen. Denn manchmal ist es ja sogar ganz gut, wenn man dieses Vertrauen ausschenkt, auch an einem 18-Jährigen, 17-Jährigen, 19-Jährigen, wie auch immer, diese Jungs einfach mittrainieren zu lassen. Auch das war bei dem einen oder anderen schon der Fall, dass sie bei den Profis schon teilweise mittrainiert haben, aber eben auch bei Testspielen nicht dabei waren und so weiter und so fort. Ja, bevor wir jetzt aber richtig anfangen, würde ich mich freuen, wenn ihr erstmal ein Däumscher oben dalassen würdet. Gerne direkt wieder zu Beginn die 300 Likes reinmachen. Dann starten wir immer ganz gut. Gerne auch ein Abo dalassen und natürlich reinschreiben, über welche Talente wir vielleicht beim nächsten Mal sprechen sollen. Auch gerne zum Beispiel Brems U17, wie auch immer, könnt ihr gerne mal reinschreiben. Heute haben wir, wie gesagt, das Hauptaugenmerk auf unsere U19 gelegt, aber sprechen auch über ein, zwei, drei andere Einzelspieler. Kurz noch als Info für euch hier. Das Gewinnspiel läuft natürlich auch immer noch mit den unterschriebenen Bällen. Unter anderem auf Instagram könnt ihr das Ganze abchecken, mitmachen. Lohnt sich, würde ich sagen. Also gerne mal mit dabei sein. So, das heißt, wir fangen jetzt an und schauen als erstes mal auf unsere U19. Wo steht die überhaupt aktuell? In der Gruppe E stehen sie derzeit auf dem zweiten Tabellenplatz. Nach elf Spieltagen hat man acht Siege, drei Unentschieden eingefahren, 39 Tore dabei geschossen, 27 Punkte geholt. Geholt, das alles unter der Leitung von unserem guten alten Bekannten Cedric Macchiadi. Damals zu uns gekommen als noch Sechser mittlerweile Trainer mit A-Lizenz bei der Werder U19. Dort mittlerweile dabei seit anderthalb Jahren. Wie mal Daumen, ist er dort schon am Start. Ja, tatsächlich sieht es ja auch sehr, sehr gut aus bei der U19. Wir haben einige Talente, auf die wir jetzt eingehen wollen. Ein paar sind schon bekannter, ein paar vielleicht unbekannter. Besonders einen, den haben wir schon öfters mal zur Sprache gebracht, Wesley A.D. Stand vor kurzem sogar mal im Bundesliga-Kader, wo bei uns im Mittelfeld es echt schon ein bisschen mehr gebrannt hat. Hier, deswegen steht mittlerweile hier auch als Tab-Bundesliga. Das zeigt ja auch schon, dass man ihm eine Menge, Menge zutraut, dass man ihm da wirklich bei dem Bundesliga-Spiel mitnimmt. Klar könnte man jetzt auch sagen, ja, damit er einfach diese Reisebahn mit hat und so weiter und so fort. Aber für mich ist das schon ein großes Vertrauensbeweis auch, von Werder Bremen an Wesley A.D. Zu sagen, ey, du kannst hier bei einem Bundesliga-Spiel mitfahren und bist eine Option. Ich glaube, dass es auch für ihn was ganz Besonderes wird. Natürlich wird es nochmal schöner, wenn er dann auch seinen ersten Einsatz kriegt bei den Profis mal. Aber man darf, wie gesagt, auch nicht vergessen, der Junge ist 17 Jahre alt, wird im Januar 18 und ist unglaublich talentiert. Ist extrem ballsicher, technisch super, super fein, kann im Mittelfeld viele Positionen abdecken. Ist wirklich auch ein Spielgestalter, ist Kapitän in der Werder U19, spielt für Deutschlands U17-Nationalmannschaft, hat dort schon drei Einsätze gehabt. Also wirklich ein richtig, richtig guter Kerl, ein Riesentalent, was wir haben. Wahrscheinlich eins der größten Talente in unseren Reihen. Deswegen darf natürlich Wesley A.D. hier auch nicht fehlen. Natürlich können wir auch vor allen Dingen über ein, zwei andere Namen sprechen, bevor wir bei der U19 weitermachen. Denn wie gesagt, Hauptaufmerk ist ja heute bei der U19. Wir müssen natürlich auch schauen, okay, was sind denn bei uns gerade so die größten Talente auch, die den nächsten Step gerade vielleicht machen könnten aus unseren Reihen. Da kommen wir natürlich auch bei Isaac nicht dran vorbei, ebenso wie Leon Opitz aus unseren Reihen eigentlich. Leon Opitz hat übrigens mittlerweile bei der Regionalliga 11 Einsätze, sieben Tore, drei Vorlagen, also zehn Scorer in elf Spielen. Dem tat das richtig gut, eine U23-Spielpraxis zu sammeln. Ich bin auch davon überzeugt, dass bei Isaac das Ganze sehr, sehr gut tun wird, auch für den Winter. Aber es sind für mich auch beides Kandidaten, die man im Idealfall verleihen sollte, was meiner Meinung nach einfach auch Sinn machen würde, diese Jungs zu verleihen. Und dann eben mit mehr Spielpraxis zurückzuholen zu Werder. So würde ich es zumindest sehen oder so fände ich es persönlich auch sehr, sehr gut. Aber Hansen und Opitz müssen wir natürlich dabei auch nennen, weil das eben auch Riesentalente in unseren eigenen Reihen sind. Wir haben aber noch einen Spieler, der sogar einen Profivertrag schon bekommen hat. Über den wir auch schon das ein oder andere Mal gesprochen hatten. Und zwar ist das Joel Imazouen. Marktwert mittlerweile von 100.020 Jahren jung. Wird im Oktober nächsten Jahr 21, also dauert noch ein bisschen. 1,93 groß, 15 Spiele gemacht in der Regionalliga, acht Tore erzielt. Ist auf jeden Fall auch eine gute Statistik, muss man ganz klar sagen. Auch weiterhin natürlich ein großes Talent, großes Stürmertalent. Man muss tatsächlich auch sagen, dass wir in unseren Reihen, was die Stürmerposition angeht, gerade was größentechnisch angeht, müsst ihr euch das mal reinziehen, sind wir echt so ein bisschen gesegnet. Also da haben wir echt sehr, sehr große, talentierte Stürmer aktuell in unseren eigenen Reihen. Bei Joel ist es so, dass er natürlich jetzt bei der Regionalliga vor allen Dingen viel Spielpraxis sammeln kann. Es ist aber auch eben nun mal so, dass er den nächsten Schritt gehen muss. Er hat einen Profivertrag bekommen und da geht es natürlich auch so ein bisschen darum, je nachdem wie viele Verletzte uns was wir sperren, dass Joel in den Profikader eigentlich reinrutscht, um sich zu zeigen. Weil, das ist ja auch klar, 20, Isak, da reden wir über das gleiche Alter, wie zum Beispiel in Isak gerade ist. Da geht es darum, dass die Jungs spielen, was man ja auch gerade macht, aber im Idealfall auch immer auf höherem Niveau. Das heißt, Joel ist für mich auch ein Spieler, wo du durchaus drüber nachdenken könntest, denen auch mal eine Liga höher zu verleihen, um zu gucken, ob er zum Beispiel in der dritten Liga auch bestehen würde. Das wäre zum Beispiel sehr interessant, aber natürlich auch ein Kandidat, den man mal hochziehen könnte. Jetzt kommen wir zu drei Spielern, die alle bei der U19 sind. Deswegen habe ich es ja auch am Anfang des Videos schon mal gesagt gehabt. Heute ist es wirklich so ein bisschen Hauptaugenmerk auf unsere U19. Bei Joel muss man übrigens auch nochmal, eins zu sagen kann man ja nochmal sagen, ist ja auch ein Spieler, der wirklich so eine Art Wandspieler ist, technisch aber auch sehr, sehr stark ist, einen guten Abschluss hat, einen guten Kopfball hat. Aber, und das muss man auch sagen, ist jetzt auch nicht der Allerschnellste. Also das steht, oder hoffe ich steht auch für jeden, oder ist für jeden klar. Ist aber auch gar nicht so schlimm. Er ist wirklich so für mich der Typus Mittelstürmer, den man eigentlich sich immer mal wieder auch wünscht. Also so a la Kike Top, wobei ich den Top-Vergleich ein bisschen schwieriger finde, aber ich glaube ihr versteht, was ich meine. Also Typus ganz klarer Zielspielerstürmer, Mittelstürmer. So, das ist Joel, sein Profil. Ja, dann habe ich euch auch gefragt, Jungs, wie sieht es denn aus? Was sind denn unsere größten Talenten? Wen dürfen wir hier namentlich nicht vergessen? Ich habe natürlich auch meinen Favorit noch, außer abgesehen von AD. AD finde ich übertrieben geil. Freue ich mich immer, wenn ich zu dem ein paar Sachen auch geschickt bekomme. Ja, aber es gibt vor allen Dingen einen, der gerade richtig auf sich aufmerksam macht. Kam nämlich erst in der vergangenen Transferperiode zu Werder. Ist 17 Jahre jung. Ein Wahnsinns-Talent. Wird erst im Juni 2018. Also das ist wirklich ganz, ganz krass. Wenn der so weiter so auf sich aufmerksam macht, musst du ganz schnell gucken, dass du den eigentlich aus der U19 rausnimmst, in die U23 reinpackst, dort auf Spielpraxis bringst und dann wirklich in den nächsten Trainingslager, würde ich den so oder so schon mit bei den Profis mitmachen lassen, weil er einfach so ein Wahnsinns-Talent hat. Er ist technisch so unglaublich stark. Er ist extrem clever in seinen Bewegungen, in der Art und Weise, wie er auf dem Platz agiert. Mit 17 Jahren, das musst du erst mal nachmachen. Die Rede hier ist von Patrice Kovic. Hat Vertrag bei uns bis 2027, offensives Mittelfeld. In Berlin geboren, kam auch aus Berlin. Hat im DFB-Pokal der Junioren, also wie gesagt, da sind die gerade im Halbfinale, eingezogen. Drei Spiele, drei Tore, eine Vorlage und das alles als zentraloffensiver Mittelfeldspieler. Als Zehner schlägt natürlich bei mir direkt das Herz ein bisschen schneller, wenn ich höre, Zehner talentiert, technisch stark. Ich denke, es wird vielen von euch auch so gehen. Und auch in der U19-Nachwuchsliga hat er elf Spiele gemacht, sieben Tore und eine Vorlage. Der ist wirklich einfach verdammt, verdammt gut und verdammt interessant. Ihr seht auch hier, offensives Mittelfeld ist ein reiner Zehner, würde ich auch komplett so mitgehen, komplett so unterschreiben. Der ist einfach richtig, richtig gut. Kam von Hertha's U17 rüber in unsere U19 jetzt eben. Das ist praktisch sein nächster Schritt, den er ja gerade schon geht. Aber hier darf es nicht dabei bleiben. Das ist ganz wichtig. Wie gesagt, der macht so aufmerksam, nimmt den im Winter-Trainingslager mit zu den Profis. Der wird davon profitieren, der wird davon reifen und danach eventuell vielleicht wirklich Spielpraxis geben in der U23. Das würde ich auf jeden Fall klasse finden, wenn er diesen Weg machen könnte. Und im Sommer würde ich den auch komplett mitnehmen im Trainingslager. Da wird er 18 Jahre alt. Ich würde mich nicht wundern, wenn er auf einmal nach dem Trainingslager im Sommer vielleicht sogar bei den Profis bleiben würde. Zumindest fest zum Kader gehört, auch wenn er vielleicht Spielpraxis dann noch weiter zum Beispiel bei der U23 kriegt in der Regionalliga. Aber das wäre extrem gut. Und das ist auch so ein Talent, wo du sagen musst, hier musst du dich trauen. Das ist jemand, eigentlich, den musst du irgendwie eingebunden bekommen. Da muss es eine klare Perspektive geben. Ich hoffe, dass das auch Werder natürlich hat. Aber das ist niemand, wo du sagst, ja lass den mal noch zwei Jahre erstmal machen und dann schauen wir mal, dann ist der 19, 20. So, dann gucken wir mal. Nee, nee, den kannst du jetzt wirklich krass fördern, dass du den im Idealfall im Sommer richtig in den Kader schon bekommst, weil der einfach so verdammt gut ist. Und jeder, der ihn jetzt noch nicht so kennt, checkt einfach mal seine Spiele wirklich ab. Das ist ein brillanter Fußballer. Natürlich, brauchen wir auch nicht drüber reden. Wenn ich jetzt all das sage, sage ich das für einen 17-Jährigen, für jemand, der einfach dieses Technische auf den Platz bringt und ein absoluter Mehrwertspieler sein kann. Also, dass der natürlich sich auch noch beweisen muss in Zukunft, ist auch klar. Das sollte aber bei jedem Talent klar sein. Wir reden immer vom Talente-Status. Das ist ganz wichtig, auch nochmal zu sagen. Ja, dann haben wir noch einen Stürmer mitgebracht. Den haben wir auch schon gesehen. Den hat nämlich Werder schon mal mitgenommen gehabt. Er ist vor allen Dingen deswegen aufgefallen, weil der einfach unglaublich groß ist. 1,98 ist der gute Jahr. Aber er ist auch verdammt eiskalt vor dem Tor und macht extrem auf sich aufmerksam. Denn 18 Jahre jung, in Oldenburg geboren, 1,98 groß, wird im Februar 2019, hat in elf möglichen Spielen zehn Spiele gemacht, zehn Tore, eine Vorlage, elf Scorer. Und von diesen zehn Spielen war er nur in der Hälfte in der Startelf. Ähm, das musst du auch erstmal so nachmachen. Der DP-Pokal der Junioren war er bei einem der drei Spiele in der Startelf. Und hat trotzdem, äh, ist trotzdem bei jedem Spiel reingekommen, hat drei Tore und eine Vorlage gemacht. Ist ein Spieler, den du unbedingt weiter beobachten musst, wo man schauen muss, wie der sich weiterentwickelt. Ist aber vor allen Dingen in erster Linie ein extrem interessanter Mann. Wie gesagt, 1,98 groß, völlig verrückt. Kann Stürmer, kann über links, kann über rechts kommen. Wir hatten ihn ja auch schon so ein bisschen in beiden Positionen gesehen gehabt, wenn ihr euch daran erinnert. Er war ja bei uns, ähm, äh, wie heißt es, er war ja bei uns erst, ich glaube, das war sogar kurz, war das noch im, jetzt, doch, es war letzten Sommer, meine ich, wo er da so auf sich aufmerksam gemacht hat. Also gefällt mir richtig, richtig gut, muss man weiter beobachten, ist ein absoluter Zielspieler-Typ, aber der auch wirklich, äh, am Ball mir super, super gefällt. Hat eine große Durchsetzungskraft, Durchsetzungsvermögen, ähm, da bin ich gespannt, ob der vielleicht über kurz oder lang auch hoch geht in die U23, vielleicht so als Backup. Das ist natürlich auch so ein bisschen das Problem, dass dort halt Mike und, ähm, auch, äh, Joel einfach, ja, ganz klar, äh, das Doppelsturm sind, beziehungsweise dort auch das Ganze gut sind. Gut machen, deswegen wird es da schwieriger werden, aber das sind Spieler, die man auf dem Schirm haben muss und darum geht es ja auch in diesem Video. Hier geht es wirklich darum, einzelne Talente für die nächste Zeit weiter zu beobachten, um zu gucken, wie entwickeln die sich. Zum Status jetzt, zum Stand jetzt sind das einfach sehr interessante Leute. Und natürlich auch in der Innenverteidigung habe ich mal nachgeguckt gehabt und dachte mir, ey, Innenverteidigung ist bei uns natürlich auch super wichtig, bei der Dreierkette gerade, ähm, immer wieder Spieler auf dem Schirm zu haben, die eventuell, ähm, ja, im Idealfall natürlich, äh, auch ein, ähm, wie heißt das, eine Backup-Rolle bei den Profis einnehmen könnten. Und da haben wir auch einen, der sehr interessant ist, kennt vielleicht auch der ein oder andere von euch schon, ähm, spielt auch, äh, Deutschland U18, also U-Nationalspieler, hat dort zwei Länderspiele schon gemacht, ähm, ist jetzt 17 Jahre jung im September geworden, also ist auch krass, äh, das ist sowieso, wenn man manchmal so die Spieler guckt, wie jung die noch sind, Wahnsinn, ähm, ja, hat in der U19-Nachwuchsliga neun Spiele gemacht, sogar dabei zwei Tore erzielt und im DFB-Pokal hat er bei allen drei Spielen durch, ne, ein Spiel hat er nicht ganz durchspielt, aber, äh, alle Spiele hat er von Anfang an gemacht, ähm, ja, Mick Schmetgens, äh, das ist auf jeden Fall auch ein sehr, sehr interessanter junger Mann, gerade aus der Defensive heraus, Defensive muss man sagen, kriegt allgemein immer ein bisschen weniger Aufmerksamkeit, deswegen dachte ich mir, ey, ähm, gerade jetzt sollten wir vielleicht auch mal auf unsere eigenen Jungs gucken, denn, wir hatten ja auch ein Beispiel, was noch gar nicht so lange her ist, äh, mittlerweile spielt ja bei Holstein Kiel auch Bundesliga, Lasse Rosenboom, er konnte Innenverteidiger und Rechtsverteidiger spielen, ähm, wäre eigentlich der perfekte Backup für uns gewesen, auch zu der Zeit mit Mitchell Weiser, wo wir kein Backup hatten, aber leider hat man ihn ablösefrei ziehen lassen, das ist natürlich jemand, wo ich schon sage, sowas darf uns eigentlich nicht passieren, wenn wir aus der eigenen Jugend Jungs da sind, die diese Backup-Rollen auch einnehmen können, ähm, und Spielpraxis dann bei uns in der U23 kriegen, ja, Mick Schmetgens ist auf jeden Fall einer davon, kann rechter Innenverteidiger, kann linker Innenverteidiger spielen, ähm, und von daher finde ich persönlich, ist das jemand, den man ganz klar im Auge behalten muss und schauen muss, ey, wie macht er sich, ähm, wie wird es da auch weiterlaufen mit ihm, ähm, sind für mich immer Spieler, wo ich einfach sage, äh, ja, den musst du einfach mit auf dem Schirm haben. Ähm, einige haben auch gefragt gehabt, ey, Nico, was ist denn jetzt immer noch mit, ähm, Ihendu, Daniel Ihendu ist irgendwie gar kein Thema mehr und so weiter, als er damals kam, ähm, wir haben uns, glaube ich, alle davon mehr versprochen, ich glaube, vor allen Dingen auch er wird sich davon mehr versprochen haben, ähm, spielt ja gerade bei unserer U23, hat aber auch da von 17 möglichen Spielen neun Spiele gemacht und ihr seht's ja, keins davon in der Startelf immer eingewechselt worden, eine Forderung gegeben, ähm, kann leider nicht so auf sich aufmerksam machen, wie ich's mir auch persönlich erhofft habe, vielleicht sogar für ihn, oder wäre für ihn das Beste, ähm, tatsächlich, nach der Saison läuft ja sein Vertrag aus, vielleicht sogar einen anderen Weg erstmal zu gehen, ähm, weil der bei Werder nicht diesen Schritt machen kann, derzeit, den ich mir zum Beispiel auch für ihn gewünscht hätte. Deswegen wollte ich aber hier einmal auf jeden Fall auch was zu Daniel Ihendu sagen, weil der immer wieder auch reinkommt als Frage, ey, was ist denn mit ihm? Daniel Ihendu ist aktuell eher so ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen außen vor, kann man sagen. Ja, ähm, wer sich ganz gut gemacht hat, äh, der ja von Hamburg kam, ähm, war unser David, äh, Linksverteidiger, Außenverteidiger, mittlerweile Marktwert von 125.000 Euro, 20 Jahre jung, hat jetzt 14 Einsätze in der Regionalliga Nord gemacht, dabei eine Vorlage erzielt, ähm, macht sich allerdings wirklich ganz gut, also, ähm, ja, das auf jeden Fall auch da nochmal so zum Update. Jetzt gerne eure Meinung unten rein, wer fehlt euch vielleicht in dieser Liste, mich findet ihr auch nochmal sehr interessant, können wir gerne dann morgen, übermorgen oder, äh, in der Lernenspielpause ja immer ganz gut drüber reden und schreibt mir mal gerne rein, ich werde eventuell noch heute eine Reaction aufnehmen oder vielleicht sogar live kommen, denn ich habe gesehen, es gibt, äh, viele Werder-Videos, auf die wir reagieren können, ich glaube, dass wir vielleicht sogar, ähm, ein bisschen live kommen werden, heute Abend, so, also, das, das mal so als kleine Ankündigung, eventuell, sage ich jetzt mal, ne, so, ich bin jetzt erstmal raus, euer Nico und ciao, ciao. Ciao.